Das Land Rheinland-Pfalz will künftig mehr Geld in Sachen Biotechnologie investieren. Das hat Wissenschaftsminister Clemens Hoch gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer bekannt gegeben. Mindestens 100 Millionen Euro sollen in den nächsten zehn Jahren investiert werden, die durch Bundes- und private Mittel noch einmal verdoppelt werden sollen. Knapp zehn Tage nach der Öffnung des Freibades Oberwert in Koblenz wird jetzt das begrenzte Eintrittskarten-Kontingent erhöht. Grund dafür sind nach Angaben der Stadt Koblenz das gute Wetter und die positive Entwicklung bei den Corona-Zahlen. So waren seit der Eröffnung zwei Besuchsschichten mit jeweils 500 Gästen vorgesehen. Seit Samstag werden pro Zeitslot nun jeweils 1200 Besucher ins Freibad gelassen. Nach der langen Phase des Corona-Lockdowns erwacht auch die Stadt Neuwied immer weiter aus dem Dornröschenschlaf. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilte, hat die Kampagne Neuwied blüht auf nun die nächste Stufe erklommen. Überall im Stadtgebiet sollen Pop-up-Gärten, Blumen und bunte Sitzmöbel die Deistadt wieder erlebbar machen. Der Tourismus in Rheinland-Pfalz hat sich im vergangenen Monat zwar etwas erholt, dennoch ist er auch weiterhin weit von der Normalität entfernt. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems bekamen die Tourismusbetriebe im Land auch im April die Folgen der Corona-Maßnahmen deutlich zu spüren. Zwar lagen die Gäste und Übernachtungszahlen etwas höher als im letzten Lockdown im April 2020, allerdings noch sehr weit unter den Zahlen aus dem April 2019. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de www.tv-mittelrhein.de www.tv-mittelrhein.de